Meine Fresse, was hier gerade im Masjav abgeht, oder allgemein noch hier im Story, ist, alter, ich bin gerade voll Adrenalin geladen, musste aber jetzt zwischen dem letzten Part und diesem Part jetzt hier erstmal was essen, Leute. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Folge, so und so, irgendwas in den 40er, ich weiß es echt nicht mehr, ich bin gerade voll am Daueraufnehmen, das Spiel macht wieder sehr viel Spaß, ich muss meine Meinung wohl doch noch ein wenig ändern, egal. Was ist mit dir jetzt hier? Die Welt wird geläutert, ein neuer Anfang. Die Welt wird geläutert, ein neuer Anfang. Na, steht jetzt hier überall schwarz kaputzte Männer rum, die mir jetzt erzählen wollen, was abgeht. Oh, Muallim, führe uns, befehle uns. Die sind alle ein bisschen gaga. Anscheinend ist unser lieber Al-Muallim ein wenig auf die falsche Bahn geraten. Schau an. Wow. Hört auf euch und mich zu sammeln, das ist gruselig. Sprich nur, Meister, und zeige uns den Weg. Naja. Alter, was geht hier ab, alle? Guckt mich an, als wäre ich hier irgendwie... Fehler am Platz. Ich bin ganz lieb. Alter, ist ja creepy. Im Willen des Meisters muss Folge geleistet werden. Naja. So, dem Willen des Meisters werde ich jetzt erstmal voll ein vor den Riegel schieben. Oh Gott, das ist keine Fähliche. Ach, du Scheiße. Warum guckt ihr so komisch? Euer Leben ist... Ich krieg dich! Alter Schwede, die hauen ganz schön rein, die Jungs. Boah. Schlitz. Meine Fresse nervt mich doch nicht Hau ab Kumpel, schlitz Lass doch mal los, du Pimmel Hau, aha, ich muss nur 3 HP, verdammt Mann, hau doch mal ab, du Pimmel Puh Für den Meister, ach du Scheiße Ach du Kacke Och Mann, oh Anscheinend müssen wir jetzt also Ah Das war doch Malik Er hat anscheinend sich unseren Rat zu herzen genommen So scheint es Seid auf der Hut, Freund Al Mualem hat uns verraten Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück Robert hat Tagebuch geführt Jede Seite eine neue Enthüllung Was ich lesen musste, brach mir das Herz Hm, kann ich verstehen Aber es öffnete auch meine Augen Ihr hattet recht, Altair Der Meister hat uns nur benutzt Wir sollten das Heilige Land nicht retten Wir sollten es ihm ausliefern Wir müssen ihm Einhalt gebieten Seid vorsichtig Malik Was er den anderen tat Würde auch uns tun, sobald er kann Haltet euch fern von ihm Was schlagt dir vor? Mein Schwertarm ist noch stark Und meine Männer immer noch die meinen Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen Dann lenkt seine Lakaien ab Greift die Festung von hinten an Wenn ihr sie von mir ablenkt Kann ich vielleicht zu Al Mualem durchdringen Ich tue, was ihr verlangt Diese Männer Sie sind nicht sie selbst Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten Ja Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat Müssen wir das nicht auch tun Ich tue, was ich kann Mehr verlange ich nicht Friede sei mit euch, mein Freund Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen Ohoho Okay Okay, wir stürmen durch zur Spitze Jetzt gibt es hier auf die Fresse, Alter Unser alter Meister hat uns nur benutzt Um die einzelnen Leute loszuwerden Um dann selbst mit seinem komischen kleinen Bällchen da rumzuspielen Und hier alles unter seine Kontrolle reißen zu können Geht ja mal voll nicht in Ordnung Damit wurde ich jetzt gerade offiziell eingesperrt, würde ich sagen Ach du Scheiße Stehen da oben viele Leute So viele Unschuldige Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge Na, kommt von links, rechts ist irgendwo einer herangesprungen So assassinatechnisch, ne So Beformende Zwerben und plötzlich Schlitz ins Face und so So, unser Meister steht hier hinten anscheinend irgendwo Nicht am üblichen Platz Oh, wir dürfen mal hier im Häuschen rennen Wenn wir hier jetzt schwer ziehen, einfach mal ein bisschen hier Alles abschlitzen Kann ich da nicht nur da hinten rufen? Ne, schade Hör mal zu, Obi So geht das nie weiter, ne Also Es geht nur um eins Was zum Wir werden von dem komischen Apple geswudut Ah, der Schüler kehrt zurück Ich war nie fürs Davonlaufen Und nie fürs Zuhören gleichwohl Deshalb lebe ich noch Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen Oh, alter ihr Ich höre den Hass in euren Worten Spüre seine Hitze Euch gehen lassen? Das wäre unklug Warum tut ihr das? Ich fand Beweise 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 für was Dass nichts wahr ist Und dass alles erlaubt ist Kommt Vernichtet ihn, Verräter Stoßt ihn aus dieser Welt Ach du Scheiße Was geht denn hier jetzt ab? Oh 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 Aua Die haben aber was drauf Lass los, Mann Alter Das sind ja wirklich alle die Würmig Nichts haben Aua Die tun mir weh Lass doch mal los, ey Oha Oh Oh, habt ihr verkackt, wa? Hehehe Bin zu schnell für euch Ich muss immer nur rumrennen Um mein HP wieder zu regenerieren Ist aber voll lame Okay, reicht mir Next one Schlitz Schlitz Da war der erste Schlitz Nein Nein Ach Mann Oh, ich wollte auch grad weglaufen Verdammt Oh Die sind ganz schön harte Brocken, Alter Eine akzeptable Art In die Leitenden sind Achja, erwarte nicht, sagst Mann, lass doch mal los hier Aua, Alter Guck euch jetzt an, wir haben sieben Schaden bekommen Abhauen Oh, Mann Ja Alter, ihr baut wieder mal Scheiße Schnell hier runter Alter Schwede, die haben aber echt was auf dem Kasten Mann, lass doch mal los Ja, oder so Ja, schlitz dein Kumpel Du bist ja behindert Lass los, Mann Lass los, ey Gesser Boom Das ist doch mal los Schlitz Down Boom Knack So, komm jetzt hier mal Schlitz Na, fahrt Und da ist der nächste Down Oh, der macht Schaden, Alter Oh Mann, ich will übrigens weglaufen Oh, macht der mir viel Schaden Ey, lass mich doch mal laufen Scheiße Ich hab nur noch 3 HP Kacke Gut, wir haben abkreuzt, Leute Scheiße Wie stark die sind, ist ja unnormal Oh, da sind sie ja schon wieder Scheiße Hupsala Hahaha Ich muss mal ganz schnell weglaufen Hier hängt irgendwo eine Pfeife Schlitz Mann, lass doch mal los hier Weil ich fette Migration Da dauern Jetzt bist du der Letzte, der übrig bist Und hier verlaufe ich noch mal ein bisschen weg Oh, das ist der Böse Der hat mir vorhin mit fast 20 HP schon Schaden Hier macht wie Sau Okay, komm Heimat, scheiß drauf YOLO Ah, Schlitzdauern Stellt euch Oder habt ihr Angst Ich habe vor tausenden Männern gestanden Jeder davon euch überlegt Und sie alle sind gestorben Durch meine Hand Aha Ich habe keine Angst Wer weiß das Oho, jetzt geht's los, Leute Ach du Scheiße Was ist zum Teufel Das sind neun Stück von ihnen Ultimate Smudo Magic Was geht hier ab Wow, ficken Okay, ich bin aber voll Aua Der ist schon angeschlagen hier Alter, wie viel Schaden der macht Ach du Kacke Nee, da muss ich mir haben eigentlich Er hält es aber jetzt ja nicht so viel aus Aber ich muss ihn halt erst mal erwischen Und das ist ja nicht so einfach Und komm schon, Schlitzen Na, Schlitzdauern Na, Bam Und Schlitz Knacks Fass Buh Äh, was ist zum Kühne Worte, Junge Aber nur Worte Dann lasst mich gehen Ich lasse Taten folgen Sag mir, Meister Was macht mich anders als die anderen Warum durfte ich meinen Verstand behalten Wer ihr seid und was ihr tut Ist zu stark verflochten Euch des einen zu berauben Hieß sie mir das andere nie Und diese Templer mussten sterben Aber die Wahrheit ist Ich versuchte es In meiner Kammer Als ich euch den Schatz zeigte Aber ihr seid nicht wie die anderen Ihr habt die Illusion durchschaut Illusion? Mehr ist es nie gewesen Dieser Templer Schatz Dieser Edensplitter Dieses Wort Gottes Versteht ihr nun? Nö Das Grote Meer wurde nie geteilt Wasser nie in Wein verwandelt Nicht die Machenschaften Iris Lösten den Trojanischen Krieg aus Sondern das Illusionen Allesamt Was ihr plant ist nicht weniger eine Illusion Menschen gegen ihren Willen zu zwingen Euch zu folgen Ist es denn weniger real Als die Phantome Denen die Sarazenen Und Kreuzfahrer folgen Diese feigen Götter Die die Welt im Stich lassen Während die Menschen Sich in ihrem Namen Gegenseitig dahinmetzeln Sie leben bereits In einer Illusion Es ist einfach ihnen Eine andere zu geben Eine die weniger Blut fordert Wenigstens folgen sie diesen Freiwillig Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht Nun hat euch die Logik verlassen Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin Ich bin enttäuscht Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen Und ich kann euch nicht zwingen Und ihr weigert euch Die teuflischen Pläne aufzugeben Dann scheint es als stecken wir In einem Engpass Nein Wir sind am Ende Ich werde euch vermissen Alter ihr Ihr wart mein bester Schüler Oh oh Eh was zum Teufel Ihr wart die ganze Zeit über Und werdet es immer sein Was zum Hacker gerät hier gerade ab Alter Voll der NSD Trip Wieso bin ich low on HP? Hier ist doch gar kein Opi mehr Was soll ich jetzt tun? Irgendwo hochklettern? Ne geht auch nicht Ich weiß nicht was ich machen soll Hallo Wo ist denn der Opi hin? Da unten Ha Oh oh Und ich bin immer noch low on hell Oh Instant tot Wie fies Oh ja ist gut Den Typ kannst du für dich behalten Ha haua Jetzt macht er mich schon fast so down Okay jetzt weiß ich aber Wo ich so fortfühlen muss Hä wo ist der denn hin? Ich bin gerade falsche Laufen Moment Gibt es da noch Hinten noch einen anderen Weg? Hä? Ist der eh mal wollen das Oder was ist jetzt los hier? Was zum Teufel? Hallo Opi Wo ist denn der Alte? Ey Opi Wo bist du mit deiner Swoodoo Kugel? Hari Tschüss Tschüss Vielen Dank.